Die Welt von Hello Kitty. Hi Kitty. Hallo. Wie war die Geschichte in deinem Buch? Oh, die war wirklich cool. Oh, erzählst du uns etwas darüber? Ähm, viel besser. Ich werde es euch einfach zeigen. Und dann? Benutzte die Fee namens Hello Kitty ihren Zauberstab? Um Glück und Freude in das Königsreich zu bringen. Und alle lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wow, was für eine schöne Geschichte, Hello Kitty. Ich kann es kaum erwarten, die nächste zu hören. Also, ich konnte es auch eine schöne Geschichte sagen. Meine Frau, ich kann es kaum erwarten, wie sie in der Zeit noch reinecken. Ich kann es auch nie geben. Ich kann es kaum erwarten, wie sie in der Zeit noch in der Zeit noch in der Zeit noch in der Zeit noch in der Zeit. Und wie sie in der Zeit noch nicht nennen. Und die zweite Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020